Welche Empfehlungen haben Sie hier von Kirchen Austria so far? Der Ort hier ist wirklich schön. Ich habe noch nie so etwas wie das vorgebracht. Die Struktur ist wirklich gut und es hat so gut gemacht. Es ist wirklich organisiert. Ich mag das. Welche sagen Sie über die Spiele? Wie war es für Sie? Es war eine schwierige Präparation für hier. Wir haben nicht in der Pfle. Wir haben nicht in der Pfle. Nicht heute und heute war es wirklich schwierig. Ich weiß, dass wir besser waren, aber es ist das, was es ist. Was sind Ihre nächsten Schritte für den Tournament? Wir geben alles, was wir können. Wir versuchen nicht zu verlieren. Ich weiß, dass wir besser machen können. Ich weiß, dass wir so viel besser machen können. Bis zum nächsten Mal.